Sieht alles gut aus, Benni. Wie verträgst du dir Medikamente? Gut. Und nimmst du sie auch regelmäßig? Mhm. Kannst dich wieder anziehen. Vorsicht. Wir werden die Dosis deiner Medikamente noch mal erhöhen. Das hilft dir, dass du dich besser kontrollieren kannst, wenn du wütend bist. Und wenn du merkst, dass du sehr müde bist oder gar keinen Hunger mehr hast, dann sagst du Bescheid, ja? Ja. Gehst du wieder zur Schule? Nö. Noch immer suspendiert. Ist sowieso eine Schule für Behinderte. Gibt der Schule noch eine Chance. Du bist doch schlau. Ich weiß. Was willst du denn mal werden? Erzieherin. Habt ihr einen Knall oder was, Benni? Du beruhigst dich jetzt. Sofort ist das klar. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Alles ganz hoch. Los, drehen die Hau ab, du. Fahr an auf. Komm, komm. Extraeinladung oder was? Schia. Benni, du bleibst jetzt hier, bis du dich beruhigt hast. Ist das klar? Und wenn du dich beruhigt hast, dann hau ich dich wieder. Tschüss. Was war das? Geht das? Keine Sorge, das ist Sicherheitsglas. Untertitelung des ZDF, 2020